Assalamu alaikum. Ja, alaikumussalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Entschuldigung, das hat ein bisschen länger gedauert. Allah liebt die Geduldigen. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ja, seit wann beschäftigst du dich mit dem Islam? Seit ungefähr einem Jahr. Seit einem Jahr. Und du bist voll überzeugt, dass Islam die einzig wahre Religion des Allmächtigen Gottes ist? Ich bin vollkommen davon überzeugt. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ja, dann zögern wir nicht und machen wir das gemeinsam, inshallah, mit dem Glaubensbekenntnis. Ja. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Ja. Und du bezeugst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Genau. Ja. Ja. Alhamdulillah. Dadurch bist du jetzt offiziell für deinen Schöpfer ein Muslim, inshallah. Ich danke Ihnen dafür. Wir danken Allah, Bruder, der dich richtig geleitet hat. Und das ist eine Ehre für uns, alhamdulillah, das überhaupt mitzumachen, mitzuhören. Und wir sind unfähig, Allah dafür zu danken, dass Allah uns als Werkzeuge dafür benutzt hat, inshallah. Wir sind die Diener Allahs. Alhamdulillah, Allah liebt seinen Diener. Allah hat dich auserwählt von den 80 Millionen Menschen hier in Deutschland, Bruder. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich bin sprachlos. Ja, alhamdulillah, Bruder. Allah hat in dir, alhamdulillah, was Gutes gefunden. Deshalb hat Allah dich zum Islam recht geleitet. Und der Islam ist die Religion von allen Propheten des Allmächtigen Gottes. Das glaube ich auch. Ja, wie kommt es, seit wann kennst du die Seite von uns? Seit ich ein Referat über den Islam im Religionsunterricht machen musste. Da hat mir ein Junge aus meiner Schule, hat mir dann diese Seite gesagt, dass ich da drauf gehen soll. Und darauf finde ich Informationen. Und da habe ich halt eure Reden gehört, gesehen. Ja, und hat dich das überzeugt? Das hat mich vollkommen überzeugt, ja. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Denn Allah sagt im Koran, du ermahnst nur die Gottesfürchtigen. Dafür danke ich Allah. Alhamdulillah, wir danken Allah, der dich recht geleitet hat, inshallah. Wie heißt du mit Vorname? Arthur. Arthur. Ja. Alhamdulillah, Bruder. Okay. Dann, wenn was ist, ruf uns bitte an. Ja, mach ich. Schick uns bitte deine Adresse, damit wir dir inshallah ein Paket schicken können. Ja, das mache ich. Inshallah, Bruder. Ja. Inshallah. Okay, dann, oder willst du ein Wort sagen zu den Muslimen und zu den Nicht-Muslimen? Ich hoffe, dass alle Nicht-Muslime ihren richtigen Weg finden. Und das ist nur der Weg im Islam. Nur der Weg, nur dieser Weg führt zu dem Schöpfer. Das würde ich zu allen Nicht-Muslimen sagen. Und zu den Muslimen? Und zu den Muslimen sollen sich nicht abbringen lassen von ihrer Rechtleitung. Bismillahirrahmanirrahim. Und zu den Muslimen, Und zu den Muslimen, Untertitelung des ZDF, 2020